Moin moin ihr geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer Folge TTT, weil du wirst gezockt im Casino. Was, wir spielen schon wieder TTT. Dalu, Dadosch, Sepp, Chris, Bramme. Hallo, keine Waffe. Dalu geht mich schon direkt auf den Sohn. Der hat sich nach der Rollenverteilung direkt umgedreht. Sollte man das nicht generell, wobei? Du bist so, wenn du direkt einen töten willst, drehst du die Scheiße. Alter, what the fuck war das? Kannst du mich damit töten? Hast du versucht, mich damit gerade zu töten? Ich hab einfach nur ein paar Chips durch die Gegend geworfen. Ich dachte, das macht man so im Club. Das sind die Fuffis, nicht die Crunchchips. Ich kann das gar nicht werben. Oh. Hier kann man jetzt auch endlich mal den Prop Explorer benutzen. Ich will den endlich mal benutzen. Was ist denn? Was heißt denn Prop Explorer? Du kannst irgendein Prop, den es auf der Map gibt, sozusagen scharf machen, einen Stuhl, die Chips. Und mit der rechten Maustaste kannst du es dann fernzünden. Boah, ist mega böse. Ist das dann, wie stark ist das dann? Das haut dich auf jeden Fall weg. Schiefen. Also mit Schmerz, also mit Schaden. Ja, ja, das killt dich. Das ist wie eine Explosive. Na, Christian. Es ist aber nicht so stark am TNT, ne? Es killt dich halt, wenn du daneben stehst, bist du doof. Ja, aber ich will ein Bier. TNT, so ein ganzes Ding. Gibt's ja nicht. Gib mir ein Bier. Rot und Weißwein, Junge. Christian. Alles klar, los, Weinschorle. Christian. Achso, Christian. Wir müssen hier mal vernünftig spielen. Ich glaube, es ist Christian. Ja, ich glaube auch, es ist Christian. Hallo, okay. Wo ist denn Christian? Der war oben. Warum rennst du in die falsche Richtung, Jay? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ja, tu nicht so, als wenn du nicht mehr die Schüsse gab. Alter. Alter, ich glaube, Christian ist tot. Kann das sein? Was? Die Leiche liegt hier oben. Alter. Ich habe Christian gekillt, aber Sepp ist hier auch noch. Kann der sich jetzt draufgehen. Sepp ist der andere. Ja, ja. Nein! Er ist down, er ist down. Nee. Was war denn da? Warum zuhören, Sepp? Konfirmst du die Leiche? Alter, hat der viel gekauft. Weil ich mich safe machen wollte. Weil ich mit auf dich geschossen habe. Also ein... Das hat doch keine Sau gesehen. Außer Bram war keiner da. Ja, aber das kann ich doch so spielen. Ja, aber warum kommst du denn dann anschießen? Hab ich doch gar nicht. Ich wurde lang geschossen von hinten. Ich weiß von mir. In der heutigen Aufnahme haben Christian und Sebastian einige Differenzen. Ich wollte mich diskreisen, weil es mir geht. Ich kaufe mir eine Skizer in dem Moment. Chris confirmed, sie haben erst mal die Leiche. Warum? Keine Ahnung. Ja, weil ich das so gespielt habe. Ja, aber wirklich, das stimmt. Das hat Sebastian so gespielt. Da musst du euch natürlich ein bisschen besser absprechen. Ihr könnt auch den Team-Chat benutzen. Ist ja kein Ding. Kannst du dich eigentlich auch als anderer Traitor verkleinern? Ja, klar. Kann ich dann meinen Traitor-Kollegen anritzen? Alles cool. Ich hab noch nicht so den... Oh, oh, oh. Bram, 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 bram. Äh, okay. Dann mal Kneppkes, sag ich mal, ne? Wo hast du die Shotgun her? Hast du die gerade gekauft? Die hab ich gerade aufgesammelt. Du bist doch hinter mir her gelaufen. Du hast die gerade gekauft. Du leuchtest grün. Hier auf Platz, ne? Ja, du leuchtest grün, das ist irgendwie komisch. So, Dalu, was muss ich denn jetzt sagen, damit ich nicht direkt erschöpter bin? Alles klar, Dalu und Jay sind nicht. Dalu ist innocent, der hat noch nicht gesagt, dass der Inno ist. Stimmt. Ja. Jay hat Dalu weggemacht. Dalu! Bist du Toad? Oh, ich war doch gerade noch... Ich war doch gerade... Ich war doch gerade... Alter, was geht hier ab? Okay, das war mega laggy gerade. Das war kurz laggy, ja. Also Jay ist safe, Trader. Was? Ich war... Oder Dalu, wenn man den halt irgendwo umrennen sieht jetzt. Ne, Dalu hab ich gerade confirmed. Ja, wow. Willkommen im Spiel, Sebastian. Okay. Aber der ist tot. Ja, aber der kann sich doch als Dalu ausgeben. Achso, das meinst du? Ja, dieses neue Feature haben wir bisher noch nicht gesehen. Stimmt. Doch, haben wir. Wer hat das denn schon benutzt? Hallo, als er dich gekillt hat. Wo seid ihr denn? Also nicht auf der Map jetzt, sondern auf der... Auf der anderen, meinst du? Hä? Ja, da war ich halt schon tot. Dann hab ich ja nie mitgekriegt. Sepp ist... Ach ne, Moment. Ne, ich sag doch nicht, wo wir sind, Alter. Beim Klavier seid ihr. Pst! Kannst du mal... Jay ist hinter uns! Dadosch! War mega laggy. Dadosch... Hab ich möglicherweise gefailt, indem ich nicht des Geistes war als Christian. Du warst nicht des Geistes. Oh shit, da hab ich... Ja eben, du bist einfach an mir vorbeigelaufen, bleibst auf einmal stehen. Ey, Moment. Ich dachte, ich hätte dich ger... Ja, ich war gerade so im Traitor-Shop und dann... Oh shit, da ist der Christian. Das ist jetzt einfach blöd. Und dann hat der Leck auch noch nicht gut dazu beigetragen für'n vernünftigen Kampf. Auf allem hast du erst gar nicht geschossen. Das war witzig. Ne, das war... Weil ich halt dachte so, ja okay, ich will jetzt Christian erstmal näher rankommen. Oh, ich muss kurz zur Tür. Schubst ihn weg. Lava-Sack, ey. Du stehst doch in der Tür, du musst doch gar nicht mehr laufen. Domi bist du's? Domi hat heute gute Witze gemacht, kannst du nicht folgen? Domi hat heute richtig spitzen Witze gemacht. Richtig krass, oder? Weil der einfach rausgehauen hat wieder, ey. Ich hab mich gerade geschossen. Voll Dalu gedisst vor allem. So, ich mach jetzt Dalu weg, wenn ich Traitor bin. So wie gerade auch, das war schön lustig. Das hat Spaß gemacht. Oh no! Scheiße. Boah, dann ist das nicht oder entweder spielt er jetzt mit mir. T-N-T-C-O-N-N-I. Ha! Ich glaub, er spielt mit mir. Jay ist es. Oh, Dados, das haben wir bei Seb mal gemacht. Der war aber echt Feierabend. R-O-T-I-A-R-T. Weiß ich noch, das war ein Rage-Quit. Sepp, buchstabier doch mal in aus den Rückwärts. Ich hab so ein Post-Wit dabei. Ja, das war lustig. Das ist doof. Das ist halt auch mega-assi. Ja, das ist doof. Kannst du doch aufschreiben. Nein. Ach so, ja. Und dann sagen die, Hä, warum sagst du das jetzt noch nicht? Hm, weißt du nicht? Ja gut, in dem Augenblick war er halt blöd. Dann sagst du, ich spiele ja nicht mehr. Dann ist er schon wieder, Alter. Der verfolgt nicht. Wo sind denn hier alle? Oh, Dalu! Dalu! Okay, Moment. Hier liegen zwei Leichen. Moment. Ja, ja, ich mach auch. Ich mach auch. Okay. Er war inne. Moment, hier liegt aber noch Dalu. Das heißt, Sepp ist es. Warum bin ich das denn dann? Ich häng fest! Alles klar. Easy Game! Das fickt mich doch im Arsch, ey! Was ist denn hier los? Frische Limonade! Nein, danke. Frische Limonade! Nein, danke. Nein, danke. Mein Gott, ey! Das sind Profis, ey! Hä? Lebt er noch mal? Wie viele Chancen hast du denn? Das ist doch kacke. Ah, okay. Deswegen. Was ist daran so lustig? Oh, scheiße. Ey, die Musik dabei ist spitze. Ist ein Jay verfolgt nicht. Leute, das war wirklich Traitor. Ich hab nur auf dich geschossen, weil du halt wieder... Warum ich? Ich hab nur auf dich geschossen, weil du halt wieder... Okay. Ja, das war leider ein bisschen verräterisch. Warum bin ich das denn schon wieder? Warum bin ich das denn schon wieder? Ich hab schon befürchtet, ich hätte schon wieder ein bisschen weggeknallt. Ja, da war die Intuition richtig, Christian. Ich hab bis jetzt jedes Mal, wo ich Trainer war und hier mit euch aufgenommen, Second Chance gekauft. Und das hat, glaube ich, noch nie funktioniert. 25% ist viel zu wenig. Nee, das ist doch voll OP. Nee, 50% fanden die zu OP und haben es auf 25 gesetzt. Aber 50% ist halt auch schon ein Glücksspiel, weil du gibst halt deine Credits dafür aus. Und 25%, nee, das lohnt sich nicht. Ja, das lohnt sich nicht. Na, du hast auch schon eine. Ist doch egal, aber Dalu hat keine. Wir haben nen Diegel. Ist gut. Oh, komm, Jay. Spielen wir das Spiel. Dalu reicht die Diegel. Nee, nee, Alter, Sepp. Oh, weh. Jay hat zugesagt, Sepp. Weh, ihr seid's jetzt beide. Weh, ihr seid's jetzt beide. Sepp, wenn du Traitor bist und Jay abschießt, hab ich nichts gesehen und wir gehen einfach. Fuck. Fuck. Fuck, du ist hier weg, Mann. Ich hab neun Punkte. Ich guck, Jay, ich guck jetzt weg, Sepp. Jetzt hör ich nichts. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Aber du hör'n Spiegel. Fuck. Jay, schieß Sepp ab. Lass mich hier durch. Hö, und Sepp macht nichts. Ich bin einfach durch. Ich konnte nicht, er war schon vorbeigewuselt. Okay, ihr habt Sepp ein bisschen angeschossen. Drei Mal mit der Shotgun, aber Sepp hat nicht so angeschossen. Warum er leider nicht gestorben ist. Das fand ich ein bisschen doof. Oh, da hat einer ne Breitseite abbekommen. Warte mal. Warte mal. WTF? Ähm, hier fliegt eine Taube. Also die ist hier im Flug. Matrix-mäßig steht sie hier. Jaja, ist nur ein Bug. Das sieht hammergeil aus. Heißt, wir haben irgendwo ne Taube. Wie kann der erschossen worden sein und ich find den scheiß Mörder nicht? Ja, wahrscheinlich weil du bist, du Freund. Nee, nee, ich glaub da. Ja, 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 ja. Wieso will ich das denn jetzt? Ich bin nur ne Taube. Ja, einer hat hier nen Deagle Headshot von der Seite abbekommen. Und ich hab den Mörder nicht gefunden. Ist klar. Ist klar. Okay, darfst du noch nicht aufkommen los. 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 Oh Gott. Dalu und Dado schon mal weit. Okay, alles klar scheiße. Gefällt mir nicht. Nee, hier guck mal die Taube an. Ohne scheiße. Ich kann doch meine Waffe wegkommen. Kannst du das jetzt so gerne? Als ob ich in deine Nähe komme. Komm her Schätzelein. Nee, nee, nee. Sorry, Bram. Sorry, Bram. Sorry, Bram. Ich hab mich erschrocken. Ich hab mich erschrocken. Ich hab mich ziemlich erschrocken. Alter. Oh Gott, Dado schon folgt mich. Du schießt doch irgendwie fremde Leute an. Wo seid ihr denn? Hier. Das ist eigentlich nur eine Wurst. Hier. Fuck you. Du bist es so sehr. Du Kackte. Oh, Bram. Lecker, du verweigst du. Scheiße. Ich war der Letzte. Scheiße. Das war schon geil, ey. So, Bram, Alter. Sorry, sorry. Ja, easy go. Ich hab mich so erschreckt. Ich dachte, Dado wäre das jetzt. Der mich auf jeden Fall machen wollte. Ja. Hatte ich vor. Du hast doch mit der Diegel schon auf mich geschossen. Kann das sein? Äh, nee. Ich hab nur einmal aufs Head geschossen. Oder hab ich dann mich vertan? Dann hab ich mich vertan. Na gut. Diese Musik ist so entspannend. Ich hasse dich. Jetzt reicht es nicht mehr, um bis zu anderen Shotguns zu kommen. Das ist voll, ey. Ach, safe. Die Diegel ist nicht mehr drin. Ich bin doch schon vor dir, Freunde. Ja, aber die Diegel ist nicht mehr drin. Welche Diegel? Im Badezimmer. Schmiegel, ey. Ich will mich eh eher vor dir. Na, Dado. Er will mich sofort weg machen. Das meine... Dado! Dado! Jey ist stehen geblieben. Warum bist du stehen geblieben? Bist nicht weitergelaufen nach der Woldenverteilung. Nix. 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 Kann man nicht hier spielen? Ja, wir sind immer noch zu wenig. Leggy Leg. Achso. Dado. Du warst aber relativ nah an der Explosion dran. Warum wusstest du, Dado? Warum wusstest du, Dado, Dado? Ohne er aufgehört hat zu reden. Äh, hä? Ey, das war hier in deiner Nähe, ne? Das der ist wieder weg. Ja, aber der ist auch im Starber drauf. Also der eine... Jey ist es. Jey hat auf mich geschossen. Sepp. Wenn du nicht auch Traitor bist, dann... Relativ safe, dass du das bist, Dado. Das war so ein One-Shot gegen uns. Wo kommst denn du her, Dado? Dado schießt auch. Ja, natürlich schieß ich dich ab. Du hast mich auch versucht... Okay, und der Traitor... Der richtige Traitor kommt und snackt weg. Ich versuch's zumindest, ja. Oh nein, auch kacke. Ich hab da wirklich... Wollen wir mal alle gemacht, oder? Weil ich... Also Dado hat mich gemacht, ja? Ah, okay. Ich dachte halt wirklich, Dado hätte... Dadoch gemacht. Als Dadoch gestorben ist, waren wir beide in diesem scheiß Badezimmer, was auf der anderen Seite der MIP ist. Ja, du warst schon ganz klar. Ich bringe Dadoch hinterher und weißt du, du willst den unten links strattern, und dann sag ich das so... Nee, scheiße, kann ich leider nicht. Ja, ich... Und dann drückt Dadoch mit dir den Rücken zu, ey. Ja, dann hab ich die Taube in den Nacken gekriegt, ey. Hm. Schöne Nackenmassage. Oh ja, ja. Das war ein bisschen... Bisschen Shit. Also ist jetzt... Christian ist jetzt noch offiziell drauf. Da haben wir noch zwei Traitor. Ah, gucken wir mal, wo er bleibt. Ach ja. Das machen die bei dem ja auch dieses komische, äh, Upgraden der Kabel und er hat die E-Mail nicht bekommen, weil der Anschluss nicht über ihn läuft. Oder so. Also wir müssen jetzt zwei... Dadoch! 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 Dadoch verkackt! Nein! What? Ich glaube, Jay wollte mich killen, ja. Aber was hat er... Okay, Dadoch war Trader und hat Jay gemacht. Wie kommst du drauf? Weil Jay nicht mehr redet. Ja, aber dann muss ich ja nicht Trader sein. Dadoch! Ja, natürlich. Er war... Bram war innocent. Okay, Jay hat gesehen, wie du ihn weggemacht hast. Na, Dadoch. Ach komm! Ihr beide Letzte, ey. Ja, Bram, das war jetzt mal die letzte Runde. So ne Kacke. Mann, ey! Da spawn ich dann direkt da rein, ey. Ja, geht's halt an Dadoch! Die hat alle weggemacht! Yeah! Weil ich wieder Punkte durch Jay verloren habe. Bla, 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 bla. Haut rein! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!